Das ist der ganz, ganz tolle Heiko. Heiko ist lediglich mittelgroß. Ein ganz toller, zutraulicher, angenehmer, verträglicher Hundemann. Er kann eigentlich überall hin, in der Familie, zu aktiven Menschen. Müssen aber auch nicht zu aktiv für ihn sein, wirklich. Über Spaziergänge würde sich Heiko sehr freuen. Ob jetzt andere Hunde in dem Rudel leben oder nicht, dürfte für Heiko eine untergeordnete Rolle spielen. Die Menschen sind für Heiko eindeutig wichtiger. Es ist sehr warm hier. Fürs Video haben wir ihn in die Sonne geholt, was er mit dem schwarzen Fell jetzt nicht ganz so prickelnd findet, aber Streicheinheiten sind. Das allemal wert, hier bei 30 Grad in der Sonne zu stehen. Oh, Massage. Eine Massage. Eine sogenannte Sonnenmassage in Beile Herculane. Ganz tolle Heiko. Dann zum Beispielße Heiko in Beile Herculane. Ganz tolle Heiko. Und Kidzee und Hertha das